Be free! Hoi, ich bin Dida, ich komme von Luschnow, bin 15 Jahre alt und gehe Teil des Bezins. Am Anfang von der Schule habe ich mir gedacht, dass das die richtige Entscheidung war, weil es schon streng ist, jeden Tag so viel Zeit im Bus zu verbringen, im Uhrenwerk, anderthalb Stunden, das ist schon brutal lang. Aber nach ein paar Wochen hat man sich daran gewöhnt und der Werk ist echt wert. Ich glaube, mein Highlight letztes Jahr war, dass wir in Naturwissenschaften Mehlwürm gezucht haben. Und danach haben wir es schlussendlich verkocht und haben Burger draus gemacht. Und das Herz soll bei Wind und Kosta probieren, aber sie sind eigentlich relativ gut gesehen. Ich freue mich, wenn wir dann so richtige Getränke-Service machen, also auch mit Bier- oder Wienverköstigungen. Das wird sehr voll lässig. Oder auch die ganzen Reisen, die wir dann noch machen. Also wir gehen in Irland, Italien, Frankreich und wer freifach Spanisch oder Chinesisch geht, geht in deine Länder auch noch. Also das ist echt voll lässig. Gitarke-Service Ich freue mich! Amen, 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 Amen.